Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge TTT! Guten Tag, ich bin wieder raus! Ich hätte gerne einen Whopper! Ich hätte gerne einen Whopper, möchte ich auch sagen. Das ist im Hotel und ich... Morning, do not enter! Es ist behindertenfreundlich, es hat ein Behinderten-Klo. Hallo, Sepp! Das ist aber schön. Ich bin innocent, ich bin auf dem Weg zur Lern-Party. Es hat schöne Zimmerchen hier mit Fernseher. Ich wollte den Getränke-Auto machen. Aber ich denke, es kann nicht so schlimm sein wie eine YouTube-Serie. Oh, Scheiße! Nein, mein Rechner ist kaputt! Es gibt eine YouTube-Serie, die heißt Another Dirty Room. Und da geht es darum, dass halt so ganz, ganz billige Motels halt untersucht werden. Also von Leuten, die gucken halt sich die Zimmer ganz, ganz genau an. Also die Betten, die Regale... Das sind Sachen, die normale Menschen sich niemals angucken würden. Ja, und das ist so widerlich einfach. Also Blutflecken... Auch von Gordon Ramsay. Das weiß ich nicht. Hotel Hell. Ah ja, okay. Das schaue ich mir aber tatsächlich ganz gern an. Hier lag gerade eine Schildkröte rum. Ja, hier sind ganz viele im Swimmingpool. Ja. Die liegen überall rum. Da liegt noch eine. Wuhuuu! Ah, durch die Tür kommt man nicht. Dreck verdächtig. Dreck verdächtig. Dreck verdächtig. Dreck verdächtig. Dreck verdächtig. Ne, aber also falls irgendwas passiert und sie so wie jetzt nichts mehr sagt, kann es halt echt sein, weil sie im Aufzug gestorben ist. Wieso darf man das hier nicht betreten? Ich möchte gerne hier ins Bad, aber man kann es nicht betreten. Was denn? Holy shit. Ja, hier sind so Absperrwänder, aber man kann hier nicht rein. Ach so. Vorsätzlich schon mal. Ja. Komisch. Äh, Just Me, was ist mit dir? Ah? Wo? Ich bin noch. Ich lebe 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 noch. Ja, ich lebe. Pfff. Elfe schenke mir. Hi, Elfe. Alles klar? Gut, wunderbar. Seenig. Alles klar. Tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa. Wer hat hier geschossen? Tempa-tempa-tempa-tempa-tempa. Ja, wegen der Shitkröte hier. Ich dachte, das ist mal nicht. So, ich gehe jetzt. Das sind mir da zu viele Leute. Das ist mir echt zu heiß. Tempa, geh. Geh. Ja, geh du doch. Geh du. Geh du. Geh du. Nein, geh du. Geh in einen Raum und schäm dich. Oder was auch immer. Sagt er was ein bisschen davon. Leg du auf. Nein, du legst zuerst auf. Hier, Dings. Bommardin, Bommardin. Bommardin, Bommardin. Oh, ich muss nachladen. Bommardin, Bommardin. Fack, 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 fack. Fack, 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 fack. Wo bist denn du? Zu spät. Nicht getroffen mit der Thriller-Garde. Verdammt. Jetzt habe ich, äh, Dings. Tempa, 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 tempa. Ey, warum hast du mich geschossen? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will mir gerne helfen kommen, aber ich habe keine Ahnung woher die Party ist. Ah verdammt. Scheiße. Auch Indos sind sie, aber das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, Jasmie, Jasmie, geh weg. Ja, ich wollte dir gerade helfen kommen. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Also. Ich gehe. Wiedersehen, dann stirb halt alleine. Meine Güte. Wer liegt denn jetzt noch? Ähm, Dodaka? Bombardin? Ja, ich habe mich versteckt gehabt. Ach so. Ich dachte, ihr könnt euch mal schön unter euch ausmachen. Okay. Ähm. Ja, dann sind es ja noch G3, oder? Tja. Hatten wir schon einen Traitor? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Wenn das so ist. Was ist denn das hier? Ah. Ah. Das heißt. Uh. Oh, da war jemand. Wer war das? Das war nur ich. Ich geh wieder. Oh. Oh. Bombardin, Bombardin. Alter war es doch Bombardin. So. Ah. Wo wollt? Wer ist das? Richard, du hast so einen Bummerang. Sehr schön Aber der Traitor-Rub ist irgendwie seltsam Ist bei dir auch die Hand nicht erschienen, oder, Kar? Die Hand ist oben immer die ganze Zeit Ich hab auch gedacht, so, hä, wo ist die Hand hin? Die ist immer oben Ich hab mir schon gedacht, ich komm nicht wieder raus Ich hab auch gedacht, so, jetzt wiederbeleben Und, scheiße, wie komm ich hier raus? Mist Eckarturo, auch grad schön Just me, ich würde dir ja gerne Elfen kommen, so schön Tja, so ist das Überall kleine Schildkrötchen, das ist ja süß Ja Ich bin da immer so ein bisschen paranoiert Ist das jetzt so eine Schildkröte Oder nicht Oder Oh, hey, hier gibt's Melonen Wer macht ne Melone? Melonen? Nein, Melonen War doch eben jemand Oh, ich bin das Wasser gefallen Gästen planschen Ach, das ist die Kirche Hallo, Elfe Tschüss, Elfe Sag, bloß nicht auf deine Traitor-Waffe jetzt zu wechseln Ich mach dich kalt Das hab ich vorher gar nicht gesehen Hier liegt ne Leiche Hier liegt Ein Kerl Da ist Temper, Temper hat ne Rakete Oh mein Gott, Temper ist es Fuck Fuck Ach, das ist nicht schön Wir haben einen Roboter im Team Ah, nein Jetzt bin ich Alles klar Welp Welp Shit Shit Was ist das? Oder nein? Hallo? Servus, not responding Denken, alles klar. Not done. Not done. Oh. Wahrscheinlich ist es tatsächlich mein Internet. Das mal wieder... ...spackt. Ist doch immer wieder schön, da kommt doch immer wieder Freude auf. Ja, ja. In zwei Minuten dürfte ich wieder da sein. So, ist die Schnark jetzt raus? Ja. Sehr gut. Ha. Okay. Ich dachte schon. Ah, da bin ich wieder. Hallo, Jaspi. Schön, dass du hier da bist. Ich habe alle getroffen. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Aber das ist normal. Um schnell, um dann tatsächlich noch mal auf die Frage von Catturo zu antworten. Ja, es ist erlaubt. Man kann den Defibrillator nutzen zum Wiederbeleben. Man kann auch Innocence damit wiederbeleben. Darf man den eigentlich auch öfter benutzen oder ist das auch auf einmal beschränkt? Ja, aber was hat man davon, wenn man als Traitor Innocence wiederbelebt? Muss ich das direkt zu töten oder was? Spaß an der Freude. Weiß nicht. Spaß an der Freude, ja. Okay. Es soll auch Innocence geben, die dann dem Traitor helfen wollen. Das fände ich lustig. Also ich würde mich da sofort dafür beleidigt erklären. Würde dich unter Rücksrechen. Würde dich kein Wort glauben. Vorthelfen natürlich. Oder es ist ein Geheimgang. Geil, ich habe einen Geheimgang gefunden. Cool. Cool. Hast du als Traitor einen Geheimgang gefunden? Nee, nee, der ist für Innocence. Zwischen den Zimmern gibt es Geheimgänger, Leute. Kann ich euch mal empfehlen. Ach so, die sind für alle. Okay, ich habe nämlich eben beim Set gesehen, wie er da langgelaufen ist. Ja, nee, die sind für alle. Voll cool. Okay. Ich voll spitze. Hallo, Elfe. Na? Geh mal, ne? Die Elfe sagt schon wieder nichts. Hilfe. Ich bin ein bisschen arg still. Stimmt irgendwas mit deinem Mikro vielleicht nicht? Ups. Oh, ich habe geschossen. Ich hatte den Mikrofon noch stumm. Warte mal mit der Fieber. Ja, jetzt hört man dich wieder. Ich dachte schon so. Na, nun bist du aber stumm. Hier ist gerade irgendwer verschwunden in der Wand. Irgendein Traitor ist gerade durch die Wand verschwunden. Das ist ja mal spooky. Leider weiß ich nicht wer. Ich habe es zu spät gesehen. Ja, das hilft uns jetzt richtig. Ja, es tut mir sehr leid, aber... So, für eure Info, ich bin am spectaten. Bin wieder da. Ah, okay. Dann musst du leider still sein. Das war ja auch nur eine Info. Es sei denn, du gibst uns Tipps. Dann ist okay. Ja, kannst du gerne sagen, wer hier wer ist. Das sieht sie von außen, glaube ich, nicht. Ach stimmt, das sieht man. Das sieht man nicht. Du siehst genauso viel wie die Innocence. Du siehst halt, wer hört es und so weiß. Genau. Das sehe ich. Und jetzt lasse ich euch eure Sachen machen. Es ist schon etwas nervig, dass hier der Boden also fehlt. Hä? Ja. Die Traitors haben anscheinend schon die Bodenfalle schon ausgelöst. Da kann man nicht mal an. Ja, das ist eine Traitor-Falle. Wer lebt eigentlich noch? Echt? Das ist eine Traitor-Falle? Wow. Ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Wer von den Traitern lebt eigentlich noch? Das ist ja lustig. Die sind wie immer still. Komisch, ne? Das ist doch verdächtig. Der Dodakar spricht immer mit allen. Ja. Außer vorhin. Vorhin hast du auch nicht, ne? Als wir beide Traitor waren. Was denn? Hast du auch nicht gesprochen. Das stimmt. Da war ich tatsächlich mal ruhig. Das war aber, weil ich dachte, okay, ich bin lieber ruhig, bevor ich das kommentiere, was ich da sehe. Gar nicht. Und dann würde ich mich ja verdächtig machen. Ich. Cool. Hier ist Klebeband und das klingt wie Metall. Wenn man dagegen macht. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Da kann man da irgendwie nicht rein. Das ist Metall, ne Klebeband. Ja. Deswegen. Alter, ich war hier beinahe. Achtung, Achtung. Ja, genau. Ja, ja. Das ist ja, ja. Genau. Wer lebt jetzt noch? Dodakar lebt noch? Elfe nicht noch? Ich glaube noch. Aber hier kann man irgendwie auch nicht weiter. Doch, oder? Hier ist keine Geheimtür hier in dem grünen Raum. Nee. Bist du lebt noch? Nee. Okay. Wo seid ihr? Ich laufe hier rum. Die Elfe ist hier am Planschen. Ja, ich planche gerne. Oh, komm, wir gehen duschen. Also fünft die Chance, dass ich jetzt noch... Warte mal, der hat die Waffe geweschtelt. Boah. Hab ich ein Schwein gehabt? Warte, war Traitor. Oh, und der nächste Traitor, der Wizard. Wieso fünft ihr dieses Fackmesser, alter nicht? Verdammte Scheiße, ey. Du hast mich verletzt. 50 Leben habe ich noch. Das ist fast besser. Wie geht das denn? Doch, das hat doch funktioniert. Ja, aber ich habe die ganze Hälfte umgebracht. Wollte dich komplett umbringen. Wollte dich ganz umbringen. Hätte ich besser treffen müssen. Scheiße. Wissen mal die Pulsadern. Und nicht den Arm. Map ist voll cool. Komm mal. Pulsader und Arm. Scheiße, das ist... Irgendwo irgendwie zusammen. Aber das war sehr auffällig, Elfe. Du hast gerade in dem Moment die Waffe gewechselt. Ja, wieso drehst du dich auch in dem Moment um? Hallo? Wieso hast du überhaupt Augen im Kopf? Ja. Mann, oh Meter, ey. Ist doch scheiße. Du passt dir viel zu sehr auf bei dem Spiel. Das faker Elf. Glaubst du, dass du vom Cartoon schon gelobt? Wer glaubst du das? Wer wurde gelobt? Wurde vom Cartoon schon gelobt, dass ich heute sehr empathisch bin. Das kann ja gar nicht sein. Sieht interessant aus. Hä? Was ist das hier? Ich glaub, das ist der Traitor-Tester. Ach cool. Ja, da müssen zwei Traitor rein. Also zwei Leute müssen da rein. Zwei Leute und... Bist du Bill... Justin, bist du innocent? Ja. Lass mal testen. Der müsste ja zu dritt sein. Der muss ja draußen stehen und aktivieren. Ja eben, einer muss draußen aktivieren. Ich schau euch mal aus der Ferne zu. Äh, 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 äh. Aktivier ruhig, Justin. Ähm. Der... Der... Der aktiviert den Moment. Oh, du... Hallo. Äh, ich weiß nicht, wie man das aktiviert. Oh, Lisa. Was denn? Wie aktiviert man das denn? Wie aktiviert man den Traitor-Tester? Wenn du mir sagst, wie das geht, mach ich das. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Es ist oben auf dem Dach der Traitor-Tester. Wo, 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 wo. Äh, verschießt auf mich. Ich hab extra neben dich. Ich hab extra neben dich geschossen. Okay, ich werd dich jetzt in Ruhe lassen und da leiden lassen. Wenn sich einfach aneinander hoch... Traitor-Tester aktivieren. Hallo. Testet mich doch mal. Hier. Hey. Du bist... Ich, äh, ich trau niemandem mehr. Testet mich. Testet mich. Los. Was hat die denn, was hat denn die Just-Me gemacht? Wie ist er bei der Traitor? Was hat die Just-Me denn gemacht? Hallo. Die Elfe sind in den Traitor-Tester reingegangen. Ich bin da reingegangen und konnte nicht mehr raus. Hallo. Weil die Tester sich geschlossen haben und ich musste sie erst mal auslachen. Oh, Dolakar. Dolakar. Ah. Schau auf, Elfe. Aber wie testet man letztendlich? Ich hab keine Ahnung. Hier kannst du aufmachen, aber... Es müssen drei Leute sein. Ich glaube, wir müssen beide, wir müssen beide in diesen Raum rein. Warte mal. Ich glaube, wir müssen beide rein. So, ich bin jetzt auch da. Hi. Wo seid ihr denn? Wir sind ja so. Wie ihr schießt da? Keller. Nee. Ich traue den Besuch gerade nicht. Okay. Warte. Rommelin hat doch gesagt, auf dem Dach. Nein. So verheimnisiert das nicht, Leute. Im Keller. Und jetzt? Nix. Doch, jetzt grün? Grün. Warte mal, warte mal. Hi. Hi. Ja, ja, lauf doch. Ich bin auch innocent. Alter, der schießt schon wieder mit Raketen. Wer? Semper. Wer wohl? Wer wohl? ich traue den gerade wo bist du hier hier neben dir da vorsicht vorsicht vorsichter schießt die elfe schießt auf mich ich habe mich geschossen wie das mich auf mich geschossen scheiße es ist kompatine so nicht es ist das wie eine dramatische wendung also nicht geschossen gerade weg geguckt auf in dem moment habe ich schaden gekriegt hat mich umgedreht ich habe auch mal den kein stück geschossen richtig auf mich geschossen das war so ich bin ja sofort ich bin ja sofort nachgejagt weil der auf mich geschossen hat alles eskaliert ist ich habe mir dann gedacht scheiße der wizard hat dann die dota k erledigt ja weil die sie gegenseitig der ich glaube da ist jemand gerade eine traiter von reingefallen so wie das klang tja scheiße da unten liegt jemand und es ist ich geh mal ich werde dir was ist das denn da hat jemand versucht was ist gerade in diesem dritten Raum hä nein ich bin hier du bist gerade aus der tür gekommen aus dem aus dem ich bin auf den killer gekommen ist ja noch was anderes das ist richtig warum warum weil ich kein bock auf diese mac 10 habe ok einfach weil ich es kann ja genau weil ich es kann weil du es kann dann geh weg ich hätte auch keinen bock auf den mac immer ein whopper ne so ein whopper wäre schon ganz schön geil verfolgst du mich etwa nein ich glaube dir kein wort glauben können wir in die kirche wir wissen aha zu viel Far Cry 5 gesehen boah alter der trailer der war der hat mir gereicht der trailer ich habe den trailer geguckt und mir dann gesagt joo jetzt sind sie komplett gestört ich will das spiel das spiel ne nix ne danke der hat das schwachsinn ja ich habe ein bisschen angst um die anfragen die wir da so kriegen warum ja rein von der thematik her ja 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 das finde ich sehr glänzwertig wenn was man so von ne wo Far Cry bis jetzt mal so total schwachsinn hm also ich muss sagen die zimmerchen sind echt schön bis auf die spiegel die sollte man mal wieder putzen ja oh ho 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 ruck RI component ich hab nicht geschossen ich hab ja das nicht geschossen leute ist das keine trade die nrв hat nicht geschossen bitte aber da hast du Claude scheiß wenn ich dich treff ist schieße ich dich ab tatsache wie kann man das innocent aber den es ja weil ich das auch nicht geschossen hat sorry wer jetzt geht ich habe die elfe gekillt sie liegt auf dem sachen auch gesehen ja nicht weil du wenn du schon wenn du mir schon so hinterherläuft nachdem ich das gesagt habe dann bist du traitor ja ich wollte vielleicht den gang entlang ich wollte mich mal erschießen ja ja ist klar ja 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 ja